Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schau doch mal Wie schön Was ist das? Nö Sei doch still Wir sind still Wir haben hier Gäste Wir sind doch kein Mensch Kann doch mal ein bisschen mitreden Immer muss alles Schau dir doch mal an Dieser Gesichtsausdruck Diese innere Ruhe Und dann ist schön getroffen So war es wie üblich Psst Hey du Komm mal her Du findest doch auch Dass ich hier die beste Skulptur bin Oder? Warte Komm du mal her Sieh dir meinen Kopf an Und jetzt kannst du ja sehen Wer schöner ist Die Entscheidung dürfte dir auch nicht schwer fallen Ja Und ich hab überhaupt Keine Chancen Schau dir mal meinen Körper an Ich frage mich Was sich dieser Gustav Salz dabei gedacht hat Ja 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 Der steht bestimmt auf dicke Frauen Stopp 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 Warum kann ich euch eigentlich mit euch sprechen Und wer seid ihr überhaupt? Ich bin François Vian Französischer Dichter 1949 erschuf er mich Mit 33 cm Ich bin Eva Haarflechterin Von 1960 Ich bin Wang Wang Und eine chinesische Schauspielerin Modelliert wurde ich im Jahr 1949 Ja und Warum kann ich euch jetzt sprechen hören? Weißt du was? Nur Kinder mit einer ausgeprägten Fantasie können uns hören Das ist was ganz besonderes Und diese Fantasie musst du schätzen Denn sie ist grenzenlos Lena Tschüssi Ich find ihr uns jetzt ja alle rückschreit Lena Lena Komm wir müssen los Komm Komm Mit wem machst du ein Sprung? Ich mach mich Komm Komm Quan Komm 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 Vielen Dank. Hier hat sich ja nichts verändert. Durch euch habe ich die Fantasie mehr schätzen gelernt. Hier hat sich ja nichts verändert.